Ja, Herr Zöllner, vielen lieben Dank für die Antwort. Ich finde das sehr charmant, dass Sie sich vor meiner Geburt mit Computern beschäftigt haben. Das bringt aber alles nichts, wenn Sie das nicht im Moment tun. Nach Ansicht der Piraten-Fraktion, und das haben wir schon mal gesagt. Wie bitte? Ich habe das akustisch nicht verstanden. Ja, gut, dann nehme ich das zurück und behaupte das Gegenteil. Wir können das jetzt auch zehn Minuten so weitermachen. Ich mache das gerne. Also Sie haben gerade versucht, diese Anfrage zu beantworten. Es hat irgendwie nicht so ganz funktioniert. Mir sind ein paar Sachen aufgefahren. Ich wiederhole mich noch einmal. Es geht hier um ein Geschäftsmodell, was nicht mehr zeitgemäß ist. Wir werden dieses Problem, dass man Werke verlustfrei kopieren oder kopieren kann, an Schulen, an Behörden, sonst wo immer haben. Und was wir im Moment machen, ist, dass wir den Verlagen hier Rechte einräumen. Und jetzt wird es ja spannend, die Schulen, die Lehrer zu disziplinieren. Sie machen so ein Vertragswerk. Ich hatte Sie auch eben gefragt, wer da dieser Ansprechpartner ist, den wir seit dem 1.3. irgendwie haben sollten. Da wussten Sie auch nicht, was das war. Ich weiß nicht, wie das hier geplant ist. Sie sagen weiterhin, und das ist auch sehr interessant, dass diese Software von den Verlagen selbst programmiert werden soll und dann erst dem Datenschutzbeauftragten vorgelegt werden soll. Wie soll das genau funktionieren? Und dann sagt der Datenschutzbeauftragte, hättet ihr mich vorher gefragt, dann hätten wir diese Software, dann hättet ihr das nicht so programmiert. Unserer Meinung ist es grundsätzlich nicht möglich. Wie wollen Sie auf einem Computer ein Programm installieren, das diesen Computer systematisch durchsucht und dann sagt, okay, ich nehme jetzt nur das, was in meiner Datenbank irgendwie drin ist. Wie soll das funktionieren? Ich benenne die Dateien um, ich mache ein JPEG, dann kann man das nicht mehr durchsuchen. Was soll das denn? Und das ist das Problem, die Kultusministerkonferenz oder wer auch immer, das ist ja auch nicht so richtig hervorgegangen, die treffen sich und sagen, wir machen da irgendwie so einen Vertrag, wunderbar, und dann gibt es so eine Software. Ja, genau, Sie haben das nochmal sehr schön beschrieben, aber ich freue mich gleich auch auf Ihre Antwort. Ja, oder Sie werden mich gleich wieder irgendwie anpimmeln, da kommen dann wieder irgendwelche Fallussymbole. Ich freue mich schon drauf. Also nochmal, wir haben das grundsätzliche Problem Computer, die verlustfreie Kopie. Wir schützen hier Geschäftsmodelle aus dem letzten Jahrtausend. Und ich betone nochmal, dass die Stadt Berlin da ja auch eigentlich andere Möglichkeiten hätte. Ich finde es auch insbesondere sehr interessant, dass Sie gesagt haben, eine Einbeziehung der Betroffenen war nicht vorgesehen. Es kann ja sein, dass es ein Gesetz gibt, das sagt, wir beziehen Betroffenen nicht ein. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass, wenn man die Betroffenen fragt, nämlich die Schüler und Lehrer, die das grundsätzlich gut fänden, wenn man sie vorher gefragt hätte, insbesondere wenn es darum geht, ihre Computer zu überwachen. Ja, das heißt, wir werden dann eine Software vorgelegt kriegen, die wird von den Vertragen sein. Da wird wahrscheinlich der Quellcode dann auch wieder nicht offen sein. Dann wird es irgendwo im Internet auftauchen. Dann wird wieder irgendeine Zeitung darüber berichten. Dann werden wir uns alle amüsieren. Dann wird, wie bitte? Wie bitte? Ich habe Sie akustisch nicht verstanden. Herr Buchholz, wenn Sie eine Zwischenfrage stellen wollen, melden Sie sich einfach an. Ich finde das übrigens, das muss ich auch mal sagen, ich habe ja noch ein paar Minuten, das muss ich auch mal sagen. Also ich war schon auf Bundesparteitagen der Piratenpartei, die hat mehr Veranstaltungsdisziplin, als was hier gerade passiert. Gut, also wir sind dann gespannt auf den Quellcode, der wird dann irgendwann auftauchen. Irgendwann wird man feststellen, dass sich das alles nicht umsetzen lässt. Vielen lieben Dank für die Antwort, Herr Zöllner. Ich bedanke mich dann auch noch mal für Ihre Arbeit insgesamt und wünsche Ihnen alles Gute. Vielen lieben Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.